Drei Wölfe, eine Challenge. Der Unlimited Shot. Ein Schuss von der Mittellinie ins Tor. Mit einem kleinen Haken. Der Ball darf den Rasen erst hinter der Torlinie berühren. Kein Problem für echte Profis. Naja, vielleicht doch. Kein Problem für dich? Dann zeig uns den Unlimited Shot und gewinn eine Tampa Reise. America Unlimited und ich drücke dir die Daumen. America Unlimited. USA und Kanada reisen.